Was hab ich gemacht? Oh nein! Oh nein, ich bin komplett runtergefallen. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurücklautschen. Toll! Super gemacht, Zocky, super! Du musst ja alles erforschen. Dann nochmal. Da drüben ist auch noch was auf einer Brücke. Na gut, das kann ich auch noch schnell holen. Wenn ich schon hier bin, dann kann ich auch noch schnell das einsammeln, wenn ich das entdeckt hab. Da liegt, glaub ich, auch noch was unten. Okay, das ist nur ein Sodagedrink. Aber besser wie nichts. Uh, 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 uh. Da geht's aber tief runter. Und runter. Wasser. Kostbares Wasser. Wasser. Wo geht's denn hier entlang? Äh, wo bin ich denn jetzt? Ich lauf zum Park wieder. Okay. Zurück. Okay, erstmal wieder ein bisschen verschnaufen. Ah, da liegt ja auch noch was. Fleisch! Das ist wieder ein strange Fleisch. Gut. Na los. Jetzt gehen wir nochmal hoch. Nochmal runter. Und dann gehen wir nochmal dorthin, wo wir waren. Verdammt. Wir müssen auf das Schiff. Gut. Jetzt abwärts. So. Auf geht's. Komm, 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 komm. Keine Müdigkeit vortäuschen. Okay, jetzt müssen wir... Wo müssen wir jetzt lang? Ah, warte. Langsam weiß ich, wo ich bin. Was liegt denn da? Nichts. Oh, da geht's nach oben. Schnell. Zigarettende Leiter. Komm. Ich schau an, wen ich gefunden habe. Nee, ich hab deine Zigaretten noch immer nicht. Ja, ja. Klar, wenn ich... Bist du mir egal. Woher soll ich Zigaretten kriegen? Ich weiß auch nicht, woher ich Tomaten kriegen soll. Die ist auch noch da. Ich will mich hier reinlegen. Die haben hilfiges Schrei. Oh, da ist ja auch noch was. Solargetränk. Gut. So. Jetzt. Keine Zeit verlieren. Auf geht's ins Schiff. Nach oben. Genug rumgestreunt. Jetzt geh mal hoch. Da oben ist noch etwas. Ach, egal. Ständig finde ich irgendwas. Da ist was, da ist was, da ist was. Nein. Jetzt gehen wir ins Schiff. Hier geht's ja auch rein. Und eine Wasserflasche. Die kann ich auch noch kurz mitnehmen. Gut. Da liegt der Typ, der die Batterie will. Gut, das war's. Sonst gibt's hier nichts mehr. frische Luft. Na, lass mich doch hoch. Ach, endlich. So. Oh, ein nettes Plätzchen hier. Interessante Kunst. Sieht aus wie ein Büro. Und da ist der Büroangestellte. Mausetot. Okay, dann mal schauen, wie viele auf diesem rostigen Kahn leben. Da ist ein Rekt-Scheit. Da ist ein Rekt-Scheit. Da ist ein Rekt-Scheit. Der Transmitter muss auf dem Schiff sein. Geh es aus. Aber bemerkbar. Keine Ahnung, keine Ahnung, wer da lebend ist. Hm. Mein Lagerfeuer ist schon mal zu sehen. Jetzt ist die Frage, lebt hier die Mannschaft? Oder doch irgendwelche Plünderer? Besser, ich schleiche mich aufs Deck. Das sieht zumindest sauber aus. Oh oh. Hey, Freunde. Ihr müsst die Madrosen sein. Ich wollte mal hier so einen Schiffsrundgang machen. Bleibt mal locker. Was ist los bei euch? Packt die blutigen Fliegenklatschen wieder ein. Ich tue euch doch nichts. Hey, Kumpel. Hey, Narbenfresse. Finger weg von mir. Ich hab gesagt, Finger weg! Na? Jetzt seid ihr nicht mehr so stark, hä? Was ist los mit dir? Zurück. Los. Zurück. Und jetzt fackel mal schön. Nein, 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 nein. Was hast du vorgehabt, hä? Ist auch besser so, dass du deine Waffe weglegst. Siehst nicht so aus, wie du ein großer Kämpfer wärst. Gut. Wow, danke für das Schmerzmittel. Oh, Mann. Das Boot ist wahrscheinlich voll von Plünderern. Okay, erstmal Ausschau halten. Da unten ist nichts zu sehen. Da hinten ist ja noch ein Schiff. Ich vermute einfach, durch das Erdbeben ist auch ein Tsunami anstanden. Wie es ja auch normalerweise normal ist bei Erdbeben. Und dadurch sind die Schiffe hierher getragen worden. Mitten in die Stadt. Krass. Na gut. Dann gehen wir mal unter Deck. Ein Licht. Niemand zu sehen. Schmerzmittel. Danke. Gerade finde ich wieder Schmerzmittel in Hülle und Fülle. Was ist in dieser Kajüte? Ja. Ja, ja, hey. Ist ja super, wenn du mich sehen kannst. Ich will eigentlich mit dem Käpt'n reden. Bleib locker. Ey. Fass mich nicht an. Ich hab gesagt, du sollst mich nicht anfassen. Mann. Immer dieses Rumgetatsche. Hm. Hat er irgendwas in seiner riesigen Kajüte? Ah, tatsächlich. Ja, ja. Du sagst es. Mal wieder richtig Glück gehabt. Okay. Links oder rechts? Da geht's nach unten. Okay. Halt. Nein, nein, nein. Nicht drin. Nichts zu sehen. Okay. Ah. Na gut. Dann gehen wir in den Maschinenraum. Hallo? Toll. Links oder rechts? Wieder mal. Oh. Hey, hey, Kumpel. Keine Pro... Keine... Hey. Keine Probleme. Hey. Ciao, ciao, ciao. Ich bin weg. Kommt der um die Ecke? Das ist bestimmt nicht locker, oder? Niemand tut dir was. Ich wollte mich nur hier umschauen. Okay. Okay, ich bin weg. Ist hier noch einer? Hier ist tatsächlich der Maschinenraum. Und eine Menge nervöse Menschen. Ah, schau an. Hier gibt's noch was. Ich muss nur aufpassen. Ist der Typ mit der Knarre mich nicht verfolgt? Äh, ja. Wollte gerade sagen. Steig da drüber. Was ist das? Eureka. Eine Adrenalinspritze. Okay. Und was bringt die? Adrenalinspritze. Zwei Stück jetzt schon. Ausdauer bringt das wieder zurück. Macht Sinn. Junge, Junge. Wenn's so weitergeht, ich bin echt reich beschenkt. Langsam geht's wirklich bergauf. Okay. Was? Was? Oh nein. Ach du Scheiße. Sag mir mal, oder du wirst sterben. Ich schweiße. Wir leben auf dem Ruf. Nur auf unserer eigenen. Verdammt. Ich muss ihn retten. Und wenn du siehst, du siehst frisch und gut verletzt. Komm schon. Hey, Kumpel! Schnauze! Alles in Ordnung? Ja, kein Problem. Ich glaube, diese Leute sind eine Gang oder so. Sie sagten, sie waren für ein berühmte Survivor-Camp, irgendwo in der Stadt. Ich habe ihnen gesagt, dass ich hier gerade gekommen bin. Ich weiß nicht was über Haventon. Okay. Keine Sorge. Wenn mir mehr Menschen wie du in dieser Welt gewesen wären, waren die Tage lang weg. Ich denke, ich werde dich ein bisschen resten, bevor ich weggehe. Danke. Kein Problem. Niemand mehr tut dir was. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich sollte mich vielleicht noch um den Typ kämmern mit der Knarre. Vielleicht kann ich mich an ihn anschleichen. Na! Ja, ja. Ich habe deinen Kumpel gerettet. Du brauchst gar nicht mehr so... Naja, nervös sein. Ich gehe mal hier entlang. Oh nein. Noch mehr in Gefahr. Wie viele sind das? Drei Stück? Verdammt. Sieht aus, als ob wir uns die Geiseln genommen haben. Okay. Zeit, meinen Bogen mal zu testen. Spannen. Und... Tschüss! Hey, Kumpels! Hey, 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 hey! Feier! Whoa! Nix, hold up! Ja, besser, dass du aufgibst. Penner! Mist! Ich hätte besser auschecken sollen. Ich bin ziemlich im Arsch. Okay, aber ich habe hier genug Schmerzmittel. Gut. Glück gehabt. Hey, Freunde! Alles okay? Ihr könnt aufstehen. Ihr könnt euch aufwärmen an dem Feuer. Hilfe! Die Banditen sind erledigt. Ich gehe da mal weiter, ne? Moment mal. Ich habe doch nur einen Schuss abgegeben. Warum gebt ihr mir keine... Ah, Mist! Er hat ja auch auf mich gefeuert. Somit war seine Knarre leer. Na gut. Bitte lasst mich nicht sterben. Wenigstens habe ich meinen Pfeil zurück. Mann, Mann, Mann. Wow. Oha. Hier verscharen sie halt ihre Leichen. Okay. Dann gehen wir nach oben. Gut. Wieder an Deck. Oh, oh! Der Feind ist gepanzert. Drücken sie R, um präzise zu zielen. Nur Treffer auf ungepanzerte Stellen sind schädlich. Oder schädigen. Oh, Mann! Ach, du Scheiße. Okay. Ich glaube, ich nehme den Bogen. Komm. Und tschüss! Tja. Genau ins Auge. Sie haben eine Panzerweste gefunden. Die Panzerweste schützt sie vor Kugeln. Cool! Yeah! Jetzt habe ich die sogar angezogen. Nice! Und da liegt sogar noch was. Jawohl! Wir haben unsere vier Wiederholungen. Cool! Heute geht's uns richtig gut. Gut. Hau ich hier noch irgendwie durch? Nein, ich muss nach oben. Das Schiff ist also voll mit bösen Menschen. Zeit zu beseitigen. Oh! Das sieht aus wie der Lagerraum. Yeah, Obstsalat. Oh, da steht einer. Oh, Mann. Da sind wieder Leute. Ist das nur einer? Ich kann's nicht sehen. Verdammt. Vielleicht kann ich durch das Bullauge von draußen durchgucken. Ja, tatsächlich. Ich kann aber nicht richtig durchschauen. Mist. Das zweite Bullauge. Tatsächlich. Zwei Stück. Hm. Nicht nachher, dass die nachher Waffen haben. Mal gucken. Den einen überrasche ich mit dem Bogen. Den anderen... ...bedrohe ich wieder mit einer Waffe. Okay. Freies Schussfeld. Was hat der denn da in der Hand? Egal. Moment mal. Oh, oh. Verdammt. Hey, 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 hey. Oh, scheiße. Fuck. Runter mit der Waffe. Oh, nein. Nein. overlaps. Achiff. Oh, whoa. Oh, no, no, nearer. Oh. Oh, no, no. Oh, bo here. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.